aus und so ein bisschen Lack er hat eine recht gute Turmpanzung so nicht unbedingt auf Prozent Zeit lässt auf seinen Turmkumpel zu schießen hat eine einigermaßen gute Frontpanzung sondern nicht gegen die Zeit lässt auf seine Unterwand zu schauen Gute Panzerung ist eine Panzerung wo du dich drauf verlassen kannst bei welchen Panzer hast du das Nase bei welchen E100 Maus hast du den Turm Maus hast du vorhin das Ding richtig angewinkelt ja das ist 268 das hat wohl noch die beste Panzerung auf die 10 268 ist ja gut das ist auch so eine Lucky Panzerung ja eben ich meine auch so E100 und so E100 hast du auch unten dran die das Ding unten dran wie heißt es Unterplatte hast du die versteckt bist du aber ein Monster ja hast du beim E5 die Unterwand auch versteckt hast du auch echt gute Chance nein hier ballert jeder 10er mit und Heavy durch den Turm musst du halt nicht so lange anbieten lassen tun ja es ist halt so eine Panzerung da bauen es mal was aber eben nur mit Glück ja und Glück brauchst du überall man beim E100 oder beim Objekt kannst du es eben gezielt anwenden sag ich mal Bulldog darf ich bitte ballern hallo Schlaf mit zu Ortsatz Lampes 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 Loppen Lampes ich sie sehen sie auf das Ziel und sonstig aufgaben das gut muss sein die 3 und es ist auch besser aus dem E4 ich weiß nicht warum aber irgendwie keine Ahnung der Turm ist ein bisschen kleiner als bei mir 4 und kannst ganz drehen das ist auch nicht und helfen wir mal unseren ja für Spaß Lups da bleib mal hier auch mit 9 wo sind die alle bis 8 bis bei euch mhm jawohl oh scheisse es wird ja mal mehr hier scheisse egal ich komme auch nase oh ja ich komme auch das wird Party weise Disco you say Party Disco Disco ok nix say Party das hat ja offen die kenne ich auch was Disco Disco Party Disco 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 Party das ist schon das ist irgendwie 6 Jahre ja man das hatte ich und zartags als wir noch zusammen in der ersten Gini Klasse waren hat mir das im Lager gehört die ganze Zeit I say Disco you say Party Disco Disco Party Party who say Disco who say Party wow jetzt habe ich gerade ein bisschen sehr fest geschlafen ich glaube ich sollte vielleicht doch langsam aufhören zu zocken wenn ich schon so getrunken habe ach quatsch trink einfach nichts mehr ja ich habe noch ein riesenglas vor mir stehen man wieso kann der unten durchschießen es ist hier nicht man es ist lecker blöderweise ist es lecker soll ich vielleicht sagen hast du fuck off Arty hast du keine Katze uther nass hast du für die auf lange lange Sicht gesehen was innerhalb und just kannst du mal zurück kommen bitte so eine stage sieht nicht gut aus ja ach ne habe ich das nicht irgendwie gerade gesagt gehabt wir haben nicht penetratiert den Armour und schon wieder gescratcht nicht mal oh nein Nase wir müssen weg nichts kann weg hier ich bin One-Hit ich habe Angst vor der Arty die kippt mich hier nämlich eigentlich voll ran kann doch mal jemand diesen rukeln kommt doch weg mann als wenn ich es gesagt ey Kolbe ist gleich gleichzeitig gestorben wie ich nicht schön Nase hattest du nicht in 5 Minuten früher weg kommen können ich kam nicht mehr weg da jetzt bist du auch weg gekommen ach man wie ist denn das jetzt so um es dir zu erschweren ja taucht da noch ein Jagdtiger auf warum auch nicht ja ich geh es natürlich ja ich geh zu hier 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 oh scheiße wo hast du lach das ist noch 10.04 ne wo er kann damit rechnen dass ich hier mit voll speed um die ecke ich hab noch gesagt gewesen scheißruhe mhm mhm war nichts na nicht ganz dein T54 bringt Unglück ach quatsch oh gott die map hat ist schon seit seit zwei Wochen nicht mehr das war ohne Scherz ohne Scherz ohne Keks man ich soll mir schon ein uhr verdammt normal kannst du den Bauhof anlassen ja hey wär aber recht geil aber der ist weit unten verdammte Scheiße mach ich komm ein bisschen Spaß muss sein ah oder die Batsche macht ja ok ich mach es doch nicht mehr du kannst du 50 Bär anballern ich finde da ein Zenturion vor mir steht ach so jetzt muss ich ja ernst dafür überlegen wo da ein Zenturion ist warum ist er jetzt wieder zu weil da Büsche und Bäume stehen oh hi aua das ist mit Gold ernsthaft das ist ein Unicum was hast du gedacht das ist doch kein Unicum ein 7 man oh er ist schlechter als wir beide zusammen äh umgekehrt meinte ich eigentlich ja war das nicht der T62 nein der 50 B hat mich mit Gold angeballert ach so ich dachte du meinst den T62 ne der hat gar nicht geballert hat nur kassiert das war jetzt sehr dumm Semper das war jetzt oh der sieht mich trotzdem nicht hm ich komme da nicht durch seitlich ja doch hier komme ich denn unten bei den Ketten durch aber oben dann oh yes ich habe meine Mission geschafft ja ich habe meine Mission geschafft oh äh hi E100 bitte sei mir nicht böse ich wollte nur meine Mission machen oh das ist mir ein bisschen voll hier in der Mitte mir nicht kannst du einfach hinter mir stehen und mich beschützen wenn jemand kommt das wäre ganz nett ich kann das versuchen äh ok ich möchte ehrlich gesagt auch gehen weg ähm kannst du mir irgendwie so einen Hubschrauber bestellen oder so um mich abholt nope oh schade ey so geht ich denn auf jetzt hier ich komme hier nicht mehr weg klasse hinter mir steht zwei C32 vor mir steht die 100 noch weiter hinter mir steht 390 es ist bisschen aussichtslos 90 machen gerade die Fliege ja da gibt es noch einen zweiten 390 sehr schön wenn ach oh mein Gott das ist schon wieder schön gepennt ja wir haben nicht mehr es sind ganz gut wir haben den Weg gebrochen Oh Gott Oh Gott oh Gott wir haben die Fliege gebrochen wir haben die Fliege gebrochen bin ich auch nicht bin ich offen ich bin ich offen nein er war schneller dann man die reaktion war gut von dem kollege sogar sehr gut war die reaktion du kannst du da stehen und es aufs maul bekommst wenn ich das ich habe mal bekommt verdammt noch mal ja du stehst aber schon eine halbe stunde und kannst schießen ja weil ich guck mal wo ich stehe ich stand da hinten ich konnte nicht ballen ich konnte nur einstecken diese 100 war teuer bezahlt mit 504 leben wird aber auch verdammt gute reaktion gehabt muss man ihm lassen sollte auch nichts mehr stehen mehr angst von 50 bieres bringen was anderem mein kollege 50 b muss um den goldpalast lach war hallern nämlich an die bahamas ich hin nix mehr auf ja es ist gar ein bisschen was dieses riesen ding von 50 b vor uns hin er kann noch nicht einfach so verschwunden sein mann im so nein auch nicht so auf mich hieß auf nase verdammt man das viel hübscher als ich und sogar 50 b ist von hinten hilfe hau doch da ab man ja ich komme hier nicht mehr weg man ich bin die ganze zeit an die ich bin ein zenturion verdammt noch mal ich fahr nicht so schnell darfst du schon nein schau nämlich alle auf mich vor allem diese konki schau nämlich die 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 kleine Artie Der ist immer auf mich drauf, der ist die ganze Zeit hier hinten drauf, der hat mich jetzt zum zweiten Mal getroffen Welche, die Lori? Ja Ich hab das Objekt eiskalt gesplasht Ihr Sieben Gold Die ist schon wieder offen Daneben Alter, wie wär's, wenn die mal was machen hier? Das wär sehr schön, aber Bitte die Lorraine, die ist nur hier oben drauf Was hat denn der für Problem? Ist eigentlich nur der T71, der da steht, oder? Ähm Der Rest ist ja Woanders Okay, ist doch nicht anders Wir ging nicht durch, das ist halt n' der Scheiß Ja, die jetzt hast Ja, die jetzt hast Ja, die jetzt hast Mutter Ein geiles Unicum rausgenommen Ich weiss ja das gezielt und du drückst und in dem Moment platzt du Das ist ein blödes Objekt Dieses blöde Nein, diese blöde Objekt, Arti Ich glaube sogar, dass haben wir gewonnen Mhm Oh, vielleicht sollte ich nix sagen, sondern einfach mal warten, was abgeht 63 Schaden gemacht, weil ich nix blind getroffen hab Oh ne Scheißrunde, unsere Heavys hätten schon viel früher Druck machen müssen Ja, ne Die haben nur gestanden Ja, kurz auf Klo Ja, kurz auf Klo Da Ja, geh Wonn Immerhin Ja, gewonn